Servus, hier ist der Martin. Oh, hier ist es gerade ganz dunkel geworden, gerade eben. Es fängt an zu regen oder auch zu hageln. Hier ist gerade Weltuntergang. Noch vor fünf Minuten habe ich rausgeguckt und da war schönes Wetter. Also hier geht es wirklich gerade rund. Die heutige Sendung ist, ich sage mal, eine Werbesendung oder auch Empfehlung. Aber eine Empfehlung ist es auch nicht richtig, weil ich mich da nicht gut genug auskenne, um etwas zu empfehlen. Deswegen sehe ich es einfach mal als Info für dich. Mach damit oder nutz die Info, wie du möchtest. Und zwar kam ich darauf, um die Sendung zu machen, weil ich wurde angesprochen, dass bei meiner Kostenübersicht, ich blende es einfach mal ein, bei der Kostenübersicht, wo ich meine Kosten fürs E-Auto habe, habe ich ja hier unten so krumme Zahlen bei meinen monatlichen Fixkosten. Und die Leute, die hier öfters zuhören, wissen, ja, das sind die 9,99 oder die 10 Euro von VW für V-Charge und der Rest ADAC. Aber warum ist es so eine krumme Zahl? Und es musste hier auch schon mal durchs Bild geflammert sein hier. Und zwar bei einer Berechnung, meine ADAC-Kosten, habe ich 54 minus 20 durch 12. Also 54, das ist dieser niedrigste Tarif bei ADAC. Und was sind diese minus 20 Euro? Ja, ich habe, ich bekomme eine Gutschrift von meinem Stromanbieter, weil ich ADAC-Kunde bin. Das hat sehr gut gepasst. Und zwar ADAC hat ja diese Angebote, dass man vielleicht irgendwo billiger ein Mietauto kriegt oder billiger eine Versicherung oder eine Kreditkarte. Aber ADAC hat auch ein Angebot, dass man, wenn man bei einem bestimmten Stromanbieter ist, dass man dann auch eine Gutschrift bekommt. Ich zeige dir das einfach mal. Ich blende es ein. Zack. Und zwar hier steht es. Das ist noch nicht so lang. Das habe ich auch erst dieses Jahr, kam das, glaube ich, oder Ende letztes Jahr. Ich habe es dann gleich gemacht. Und zwar gibt es hier den Mitgliederrabatt, wenn man Stromkunde ist bei Montana, bei Montana Energie. Und das bin ich schon lange. Und habe mich dann natürlich umso mehr gefreut, wie ich das beim ADAC gelesen habe. Ich habe dann an Montana geschrieben, habe dort meine ADAC-Nummer hingeschickt. Und dann haben die mir auch diesen 20 Euro Rabatt gewährt. Und auf meinen Abrechnungen, ich habe jetzt noch keine neue bekommen, Da sollte dann draufstehen, meine Stromrechnung, minus diese 20 Euro. Und jetzt nochmal einen Schritt zurück. Und weil ich diese minus 20 Euro Rabatt dem ADAC quasi verdanke, ziehe ich das auch hier wieder ab. Sodass ich gedanklich keine 54 Euro an den ADAC zahle, sondern das eigentlich nur 34, weil ADAC mir ja hier hilft, 20 Euro zurückzukriegen. Ja, also das könnt ihr euch mal angucken. Findet ihr unter ADAC, ganz kurz zum Stromanbieter. Es passt hier natürlich, weil sehr, sehr viele von uns sind beim ADAC. Vielleicht, klar, weil man Auto fährt sowieso, aber auch um die Gebühren, die preiswerten EnBW-Gebühren zu bekommen. Und zum anderen haben sehr viele, so wie ich es mitgekriegt habe, auch entweder Photovoltaik oder Ökostrom. Ich habe auch Ökostrom und das habe ich auch bei Montana schon länger. Und ich mache euch einfach mal, ja, die Seite ist ja hier schon auf. Ich bin jetzt da nicht auf dem Laufenden, was jetzt der günstigste, was jetzt der günstigste Tarif ist und all diese Sachen. Wie gesagt, ich habe schon länger. Ich habe damals geguckt, wie ich geswitcht habe, über ging ich so ein Vergleichsportal. Dann habe ich da eingegeben, wo ich wohne und was ich habe und an Verbrauch habe. Und dann wurden ganz viele vorgeschlagen. Und dann habe ich da halt irgendwie Montana genommen. Die waren mir von den Konditionen und vom Inhalt am sympathischsten, weil die Montana-Leute, die machen den Strom aus Wasserkraftwerken, glaube ich. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Kann ich hier auf die entsprechende Seite gehen. Also hier steht es, die Versorgung, Erdgas oder Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Und irgendwo bei Unternehmen, da müsst ihr selbst mal einfach gucken, wie die den Strom, wo da der Strom herkommt. Also wie gesagt, zu tief habe ich mich da nicht eingearbeitet. Deswegen, wie gesagt, kann ich es empfehlen oder sagen, das ist das Beste, Billigste oder so. Aber das ist der, den ich nutze. Und ich kam jetzt halt drauf, weil ich hier einfach 20 Euro nochmal jedes Jahr von meiner Rechnung abgezogen bekomme. Also guckt einfach selbst. Der Link ist Montana-Energie. Und ich habe auch einen Empfehlungs-Code. Das heißt, wenn ihr euch den Montana anschaut und ihr wollt sowieso vielleicht Strom wechseln auf Montana, dann könnt ihr meine Kundennummer dort mit angeben. Und dann bekomme ich dort auch ein Goodie. Ich glaube, ich habe es noch nie, noch nie was bekommen. Ich glaube, es sind 20 Euro. Da steht zwar bis zu 50 Euro, aber ich glaube, da müsste man auch Strom, Gas und was weiß ich was alles empfehlen. Also irgendwas kriege ich 20 bis 50 Euro, keine Ahnung, wenn ihr meine Kundennummer dort angeben würdet. Müsste aber nicht. Ich wollte einfach nur euch mal darauf aufmerksam machen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, Ökostrom zu haben. Und es ist noch ein besseres Gefühl, 20 Euro immer nochmal zurückzukommen. Alles klar, bis morgen. Tschüss.